Ja, ich sage mir einen recht schönen Dank für die Nominierung der Landjugend Langkampfer. Kein Rund-Hitzenauer, aber bei uns ist es jetzt ein Scheiß. Keine Leute da. Der eine muss arbeiten, die eine hat einen Haxo, die eine sind ein Hüttersheim beim Arbeiten. Seid das ein Wahnsinn. Echt. Ja, Scheiße, jetzt werden wir die jahsen nicht zahlen müssen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich habe probiert, telefoniert den ganzen Tag, aber es ist ein Grausen. Wir werden das glaube ich so machen, wir zahlen die jahsen und die 50 Liter Bier, ein gescheites Bier, wie es ja bei Sachs und eine gescheite Grillerei. Und auch machen wir das. Ah, der Stall ist ja der Opfer, der Bier habt schon noch ein. Jetzt bin ich extra, ich fange da aus zu noch geirrt. Jetzt die jahsen zahlen wir die Langkampfer sicher nicht. Nein, da riecht man schon, was ich auch schon telefonierst, die kommen wir gleich. Jetzt machen wir das und du bist toll. Oh, 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 oh. Ich hab' mich so gut verloren. Ich hab' in die mein Herz was boh' und es was mocht. Ei, 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 die ganze Nacht. Wild und jung, für jeden Spass bereit. wenn man sich zurückdenkt, eine richtig gute Zeit ich denk sehr oft Maria, wo sehen Sie jetzt eigentlich heute? Ich weiß, wir haben extra in unser Ort vorgegeben im Ausland, letztlich keiner da Ja, wenn Arme werden wir nominiert werden, gell? Jetzt stehen wir auch da, da! Aber wenn ich so ein Bier habe mache Ja, genau! Mit? Ja! Aber ich sehe etwas mit der bläden Landjugend Nicht einmal mehr heimkommen, du hast zwei an der Schule Aber wo ist? Drillpool Challenge Da muss man dabei sein Papa, Flasche! Hallo! Also meine Leute haben heute so ein Schlafbett erlebt Und hier gehen sie jetzt auch ab Mein Herz wird tot Und es wird genug Treuer Auf geht's! Halt voll! Halt! Föl! Man könnte die Uhr ganz weit zurückdrehen Jeden Augenblick noch mein neues Leben Und mit dir auf alle Wolken schwebt Auch mein Lerner bin nicht ganz wichtig, aber mit der Landjugend ist es wichtiger. Ah, die Krücken brauche ich jetzt auch nicht mehr, sonst schwimmen wir schon gleich. Oh, 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 oh. Da wird es sich, Landjugend an Kampfen, ein kleines Buhle haben wir auch auf der Stütte, ein paar Leer sind auch da, und wir glauben hier an, denn es gibt irgendwelche Sachen, wilde, da sind euch! Ja, ihr seht, bei mir darf ich jetzt auch drei weitere nominieren. Da kann man so ein bisschen was ausdenken. Als erstes möchte ich am Bezirksausschuss vom Bezirk Kufstadt nominieren. Und ich darf nominieren, die Landjugend Fricks legt es immer raus. Ja, und das nächste nominieren wir die jungen Wirte von heute immer einfach da. Ja, natürlich möchten auch wir. Ich bin Spelken, und zwar 500 Euro. Dafür die Hälfte an der ICF-Organisation von Ulf Amalberg. Und die andere Hälfte an einer bedürftigen Familie in Mariestadt. Und jetzt deine Song, starten wir in Killa! Komm, sieh, komm, sag, was für ein Tag! Schalalalala! Denn ich mag dich, und du magst mich! So wunderbar! Schalalalala! Nanananana! 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 So, zum Schluss habe ich noch meinen ersten. Innerhalb von 8 Tagen habt ihr Zeit, ein gescheites Video ins Schicken. Und wenn nicht, dann kriegen wir eine gescheite Grillerei, so wie ihr seht. Und ein gescheites Bier, 50 Liter. Viel Spaß! Wir zwei allein, was für ein Morgen, will nur noch dich, vergess alle Sorgen. Alles erwacht, du liegst in meinem Arm, es kippelt in mir und mein Herz schlägt allein. Ich hätt' die so gern für die Ewigkeit hier. Du lachst nur ganz süß und sagst leise zu mir. Einmal von mir! Komm, sieh, komm, sieh, komm, sieh, komm, sag, was für ein Tag! Schalalalala! Denn immer...